Ja, so elastisch da und sie war so so Gummibeiner, das war mir neu. Hier, fang. Brauchst du dir jetzt mal Pullis in deiner Größe. Du, sag die Richtige, wo die halben Brüste rausgucken. Und nur die halben. Das ist ehrlich, Alter, wieso war die da? Street Fighter 6. Ach so. Ja, die hat nicht genehmigt gewarnt. Sie hat Waffen und sie war so angeboten. Alter, wir werden da überprüfen, was kann da überhaupt kommen. Die Geräusche reinmachen. Oh, hier bist du Washi. Washi, Washi. Hier, Washi. Hier, Washi verlieren. Washi verlieren. Washi verlieren. Alter, was ist mit dir, Junge? Ja, du bist nicht, du bist nicht der Pulli, Alter. Du bist nicht der Pulli. Das war gemein, ey. Du bist nicht der Pulli. Boah, schau das gleich mal eben auf, ey. Du bist nicht der Pulli, ist geil. Boah, guck mal hier, kommt aus dem Pulli, kommt so Knibber, aber Knubbel. Wahrscheinlich ist das irgendwie nicht eine Motte oder so. Das ist eine Motte-Kugel, oder? Ja, das ist voll gemottet. Das ist voll gemottet. Das ist eine Motto-Fan. Alter. Alter. Was ist das? Vor allem mach ich auch gar nicht. Ich rückte eigentlich die ganze Zeit. Ich rückte eigentlich diese... Ich rückte eigentlich diese... So möchte ich nie das. Achso, wegen jemandem Motte zu gehen. Hab ich doch noch dazu gewonnen. Ich... Sei der Pullover. 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 Vor allem super Geschwindigkeit. Da kann man superschwer ausbreiten. Ich frage mich, wofür diese... Ich weiß nicht, wie die Seiten sind. Der geht jetzt auch dazu. Der Motts-Kugel. Der Motts-Kugel. Der Motts-Kugel. Shigi, du bist dran! Nein! Das ist so scheiße. Diese Lukas-Kugel. Ich trinke überhaupt nichts. Das ist so scheiße. Alter, der Pullover ist total müde. Ist hier. Nein! Booyah! Aaaaah! Die Vanhüter Poulot! Laura Wins!